wie ich schon sagte es geht heute noch mal weiter ich bin mal wieder allein leider unterwegs aber na gut ist ja auch nicht der weltuntergang wenn man allein unterwegs ist so dann wird es noch lustig ich weiß sag jetzt nicht als weino platt machen ich weiß ich weiß ach du meinst wo ein truck auswechseln muss warte warte schnauze ihr ficker ich habe meine kumpel am rohr frendo warum bist du nicht hier liebst du mich nicht mehr o m g ich hab dich nicht eingeladen verdammt nenn mich flachwixer aber wie soll ich an sowas denken jetzt schwingt einen knackarsch herüber ich muss mit ihr schlundigst über esel reden scheiße frendo wo zu hell warst du musst mir helfen auf der party ist eine kakerlake eine fette kakerlake die hat nach den drogen gesucht eine unidad kakerlake gerade ich habe liebe freunde aber der kerr ist hinter mir her schnell besucht meine kumpel senor sonrisa er weiß wie man dieses verkackte insekt fängt du findest ihn leicht er pfeift gern zu viel glaub ich beeil dich ich verliere den verstand dc zum beispiel die meisten santa blanca leute werden dich nämlich nicht angreifen wenn ich davon ohrwurmkriege raste ich aus ah gringo schön dich zu sehen ich bin keine partyfreund stattdessen beobachte ich fische die leute hatten fische verdun aber fische sind schlau eine stellt sich tot um nicht angegriffen zu werden sollten wir auch mal ausprobieren aber du bist was du bei den unidad spüren diesen wurde er soll wie eine wache kleider zahlen mehr weiß ich nicht und spielt die orde die unidad idiotas verplatten sich immer nach und wenn wir nachschub holst du kriegst du bis zu 15.000 oder mehr an nachschub also ich habe jetzt die trinzip war gleich 300 was ich gekriegt habe natürlich der xbox steht auf meiner liste aber sowas von auch wenn man das spüren finden aber ich kann niemand ansprechen Das ist eine Kloake. Wenn Escobado tot ist, schlachte ich diese degenerierten Schwachkämpfe gleich mit ab. Ich will nur sicher... 3-4-1! Wir haben Schüsse gehört! Was ist los? 3-4-1! Er ist nicht da! Ich starte den Angriff! Ihr wollt mich da verarschen. Ich bin tot. Und schon vergeigt die Mission, ey. Zum Kotzen. Hätte ich das gewusst, ey. Nein, es wird ein Nichts gesagt. Gar nichts. Puh, kotzt sowas an, ey. Die Fahrzeuge sehen ja aus dem Aus, als ob sie ein Verschnitt aus Forza wären. Oh, yeah! Sof ist meine Partysprenger? Hört ihr! Hört ihr! Hört ihr! Hört ihr! Hört ihr! Hört ihr! Ey! LOL! Ey, haben die Dauerfeuer oder was? Willkommen beim Stream! Die haben wohl unendlich Munition im Magazin. Die Gegner. Finde ich echt witzig. Voll verarsche. Ihr wollt mich doch verarschen. Man kann sie jetzt also noch nicht mehr vorbereiten, sondern ist direkt angeschissen. Die Dauer. Sie können auch noch nicht mehr auf die Dauer. Wollt ihr nicht mehr überraschen. Die Dauer. Ja, ich bin jetzt nicht mehr. Ja, ich bin jetzt noch nicht mehr überraschen. Die Dauer. ist das das ist doch eine verarsche hier das ist eine verarsche es ist echt eine pure verarsche er steht sie können überhaupt nicht alleine spielen zu kotzen ist das dann macht man sich mehr tode als man kills macht ganz ehrlich das dt ist totaler dreck der größte scheiß in ubisoft bisher verpasst hat das wird noch schlimmer das entdeckung gegen blöds arschloch wozu geht wo dagegen du hirntoter alter ich glaube krieg da auch nicht geht doch mal in decke stück scheiße meine fresse genau die können immer wieder durch wände schießen ich finde es geil geil wir wissen ganz genau wo ich bin die leute beim spiel ist totaler schwachsinn also der ddc haben sie total verzapft sowas von mir ist rabel diese drecksscheiße so Schau, schau, schau. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich glaub's nicht, ey! Wie soll man hier jemanden zurückhalten, wenn man hier jede Sekunde... Aber ganz ehrlich, wenn es gleich weiter so läuft, ich breche es direkt ab und dann kann mich das DLC bald kreuzweiten. Ist wirklich so. Das DLC ist so schlecht, so miserabel, so recycelt. Anders kann man es nicht sagen. Genau, ich wird direkt beschossen, wenn ich hier... Alter, ich hab hier überhaupt keine Chance, ey! Irgendwie... Das ist doch ne... Das ist doch verarscht hier! Was ist das für... Ey, man wird gespawnt und wird direkt abgeknallt, ne? Ich hab jetzt 5 oder 6 Tore, nur dadurch, dass ich in Sekunden gestorben bin. Der DLC ist der reinste Müll. Oh yeah! Du willst meine Party sprengen? Ich bin fertig! Ich bin fertig! Oh, ich bin der Oh, ich bin der COMFORN! Oh, ich bin der混ge! Oh, du bist das Woll! Oh, du bist du. Oh, du bist du mit meinem Geist! Oh, du bist du! Oh, du bist du! Oh, du bist du! Ja, ja. Ja, ja. Ich bin Eddie Escobado. Leg dich mit mir an. Die Blitz gibt mein Weg. Wie soll denn die Zivilisten mit in die Fresse? Glaubst du, ich renne die Zivilisten mit in den Schuss rein? Sehr intelligente Zivilisten. Ja, genau. Fick dich doch. Ja, ja. Das ist... Ich geh grad durch ein Haus. Komm raus. Werd direkt vom NPC abgeknallt. Als Apobus gelaufter durch. Das DMC ist doch miserabel. Alter Schwede ey. Das ist nicht... Das ist nicht mehr schön ey. Ich würd's ja liebsten die Mission abbrechen. Aber da müsst ihr erstmal aus dem Missionsgebiet wieder abhauen. Schlechter als die Polizei erlaubt. Ich bin Eddie Escobado. So. Santa Blanca lenkt ihre Aufmerksamkeit auf sich. Das können sie. Äh, ich hab den... Ich hab doch gehört, dass ich den getroffen habe. Wieso ist der... Der schießt einfach gemütlich. Wart auf mich. Hahaha. Ist das geil. Ist das geil ey. Alter Schwede. Ist nicht das geilste. Wenn du einmal stirbst, bist du direkt gleich ganz tot. Wiederbelebend? Ne, wozu? Wer trägt's mir? Ich spreche jetzt deren Party. Was denn? Ich sehe ein Tango. Da stehen noch andere rum. Hä? Die spawnen mitten in dem Gebiet. Was ist denn das denn für eine Scheiße? Die kommen noch nicht mal angefahren. Die spawnen mitten dort... Das ist doch echt... Also... Die spawnen sogar mitten hier mitten ey. Das ist... Das ist bei der Zeilen. Oh... Ja. Oh... Die spawnen noch nicht. Ja. Wof. Die spawnen die... Das war's für heute.